Ich wollte das Aiming ein bisschen höher drin. Das ist so überempfindlich eigentlich. Ähm, aber ich mach mal erstmal nach dieser Runde erstmal Feierabend. Was, schon? Naja, ich bin todmüde. Ich bin seit sieben wach. Also ich mach jetzt noch diese Runde, ne? Also die kommen, warum mach ich ja mit? Dann haben wir bestimmt schon zehn. Na gut. Und? Morgen können wir ja weiterzocken. Wenn du on müsst. Naja, ich würde morgen Abend sowieso erstmal Fallout streamen. So ab acht, acht halb bis neun. Und, ähm, Nachbieter? Ja. Dann kommen die Hunde wieder die beste Truppe und dann... Los! Erobert euch das Ziel doch! Achtung! 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 Bist du irgendwo in der Nähe? Ja, ich bin neben dir. Aber ich kann die nicht retten, weil... Vor mir der Gegner sind. Achso, ja dann egal. Ich kann mal was da wieder probieren. Ich kann mal was da wieder probieren. Ich kann mal was da wieder probieren. Ich kann weitergehen! Ja! Gut, ne! Wo, da hat eine goldene Waffe, der Penner. So? Ahloi. Und dann gehst du wirklich mal was kriegen. Ich bin noch jetzt... ich kann es wollen kann ich kein truppen sparen also kein platz für sparen alles klar ich spanne und du stirbst na toll was bist du denn für ein freund ja da wurde ich direkt wieder in das spawnmenü geklatscht ja kommt nicht so schwer so ein c1 zu nehmen wir müssen kobra einnehmen kobra ist das nicht der sinn im krieg ja 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 erobern wir schnell ich habe jetzt irgendwas in die luft gejagt ich weiß nicht was ja 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 Da drüben! Bleib wachsam! Aber ich glaube nach der Runde mach ich auch feiern erstmal. Ja. Konzentrationen und so. Genau, das wird dann ein Anstrengen. Ja, das ist sowieso. Das Bandelfield halt, ne? Das ist immer anstrengend eigentlich. Ja. Au! Oh, dass du ein bester Trupp war, muss ich sagen. Ich hab ein Video davon, wie ich das Bild leider rauskopieren müsse. Was heißt irgendwie? Das ist das kleinste Übel. Ja. Vor allem, dass wir das zum ersten Mal spielen. Ich bin roter gefallen. Au! 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 Ernsthaft, wie hat der mich da jetzt treffen können? Ich war schon hinter der Mauer. Hilfe mir irgendwer, ihr müsst mir helfen! Oh! Sehr gut, du heilst gerade jemanden? Nein! Boah, Alter! Ich bin ein Kollege, alter! Da bist du ja wieder! Danke! Der lernt erstmal nachladen und so. Alles gesehen. Der lernt erstmal nachladen und so. Total nervig. Wo kommen die her? Ah! Fuck! Da unten sind drei Stöcken, drei bis vier. Und du läufst noch voll rein. Ja, die Konzentration ist raus. Mein Ziel war eigentlich, eine Granate da reinzuwerfen. Habe ich auch überlegt. Aber ich hatte nicht irgendeine Reaktion. Verschätzt? Ja, ich hab das gedacht, aber ich hab's nicht gemacht. Boah, diese Räume haben wir richtig gesehen. Boah, das sind die Gegner nicht. Man erkennt die Gegner teilweise gar nicht. Naja. Boah. Aber das ist knapp, ne? Also das ist nicht so einseitig. Wir dürfen nur nicht sterben. Und ich hab einen runtergeklatscht. Äh. Ach du bist. Lol. Ich warte. Dann haben wir keinen Kill. Thanks. Jo. Äh. Warte mal. Alle Strengnadungen bereit. So. Wir haben das Street verloren. Pass ab. Selbst mit dem Sniper Posten hier. Selbst mit dem Sniper Posten hier. Hä? Hä? Max Euter. Du, Mann, Hilf! Du hast keine gesichert! Okay, dann holozig! Wolf而ate. Heute kommt er jetzt hoch glaube ich? Tier ist gesam. Pfiff Ball�! reminded sind gleich mutig. Das Fahrzeug ist nur das Schott, weil ich da nie rauskriege. Das Fahrzeug ist nur das Schott, weil ich da nie rauskriege. Boah. Fangen wir durch. Ich habe mich natürlich entdeckt, aber ich habe ihn nur gekillt. Ich habe ihn mit. Ich habe ihn mit. ich bin so ganz bies alter ach du bist da am campen ob er es sehr gut am lieben oder ich nenne es eher taktisches warten bppp er geworden ich bin so ein mieser wichser alter dass dieser wichser Mh, leider nicht. Leider nicht, egal. Schauen wir mal noch die Punkte an. Okay. 4.500 Erfahrungspunkte, gut. Ja, 6 von 6 nur. Ah. Na egal. Na gut. Ich sag mal dann bis morgen. Jo, bis morgen. Ich zeichne das auf und ich lad's dann auch so hoch, okay? Alles klar, mach das. Gut, dann bis morgen. Jo, ciao. Ciao. Ah ja, war schon geil. War schon eine geile Runde. Hat schon echt Laune gemacht. Ja. Und ja, ich war ein mieser Camper-Wichser. War eine ganz spontane Sache jetzt. Ah, bis zur nächsten Runde. Battlefield 5. Haha.